Eine natürliche Lippenunterspritzung durch Fachheize für plastische und ästhetische Chirurgie, das macht den Unterschied im Endeffekt bei dem Endergebnis und dafür kommen die Patienten auch zu uns, damit am Ende die Lippe ganz natürlich, aber trotzdem frisch und etwas akzentuiert aussieht. Und genau so kommt die Patientin auch seit Jahren zu uns und das Ergebnis kommt jetzt auch hierbei wieder heraus. Das war's für heute.